... ... ... ... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde ... der Hierobrine ... mit mir er hat es gedacht, Snake 98, wow und ähm mit Theerobrine halt, oh mein Gott und es startet auch schon gleich ja, und wir sind nicht Theerobrine, wie lange war ich jetzt nicht mehr Theerobrine das ist eigentlich auch schon mal nötig irgendwann wieder mal irgendwann nicht, ähm ja, ich weiß nicht wieso ich nicht mehr Theerobrine werde das ist unglaublich, zwei Monate bestimmt nicht mehr kann das eigentlich jetzt übertreiben oder so es fühlt sich an für zwei Monate okay also was gibt's zu sagen wir cappen hier erstmal schön um die Schaden zu bekommen, das ist so meine Spieltaktik oh, gib mir gib mir, gib mir, gib mir oh, meins, 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 meins ah, meine fick dich okay, ich sollte nicht so mit Kraft ausdrücken, um mich werfen das kommt nicht gut komm hallo hallo ok jetzt geht er erstmal dahin ich stelle mich schon mal woanders hin um hier irgendwo das, 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 das Ding zu bekommen hier, ähm Schad, hier war der ja dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt zur anderen Seite und zwar genau hierhin plopp das ist die perfekte Platz die muss hier spawnen die muss dumt 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 ok, wir sollten den Chat bl 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 das müssen wir tatsächlich ausblenden, sonst gehen wir nicht wohin der Zeiger zeigt ich werde mich bereit machen hier hin zu rennen ah da hinten der hat die da war einer oder alter hoff das keine okay ist meine okay ich hab die schad bekommen ich bin jetzt offiziell cool nicht wenn ich sterbe scheiße okay die blendgranate ist mir egal okay der hat mich nicht mehr geblendet so da haben wir sogar überstanden und die schad hier hingebracht schacht schacht okay rechts lang und hier entstehen oh mein gott ich will mal hier über werden das ist so frustrierend komm schon ich werde irgendwann hier über wenn ich fraps nicht mal gestartet habe das ist das kettich kennt mein pech aber normalerweise habe ich fraps immer an so gehen wir einfach mal dahin da explodiert gerade alles schön jetzt hat er die schad ich habe kein forge drin das bedeutet ich sehe ihn auch wir sollten hier rein vielleicht zurück halten damit der typ da nicht stirbt oh jetzt bin ich äh oh chill wozu habe ich eigentlich meinen bogen hier rein ist no human wo ist der fuck aber ich glaube dass da komm ja ich sehe ihn ich sehe ihn ich sehe ihn es wäre geil wenn ich ihn von hier mit bogen abschießen würde das wäre so episch hä alter ich kann nicht schießen oh man oh ich wollte bogen kill machen ok ähm wir sehen uns gleich nach dem cut so da sind wir wieder nach dem cut es startet in gleich ein paar sekunden in jetzt hab ich gesagt komm jetzt und wir sind hier rein wer hat es gedacht auf dem map fairground von team bereide wo explosiven ja gehen wir erstmal irgendwo hin rennen am besten nicht in diese blendgranaten rein ok es hat uns eh nichts gebracht so gibt das tränke gefallen gute oder schlechte keine ahnung wir gehen jetzt erstmal da drauf weil da ist eigentlich eine ganz gute Position wo man darauf alles überblick hat und auch manchmal sogar die Scharts bauen wir wurden gerade von hierbei geschlagen das habe ich ganz genau gehört hallo ok dahin renn wow wir haben nicht mal Fallschaden genommen ok perfekt da hoch da hoch komm 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 meine Schart meine Schart meine Schart ha ich hab's was was ernst ernsthaft lol wieso hatte die jetzt bekommen ich war doch vor dem ok war nur eine Schart ich sollte mich jetzt nicht darüber irgendwie oh mein Gott oh mein Gott ok das war jetzt irgendwie Fail und leicht buggy vielleicht ok ok ja egal wir gehen jetzt einfach hier hoch und machen uns bereit für die nächste Schart boah ne da will ich hin da will ich hin da will ich hin geh weg da geh weg oh tot so da geh ich hin meins 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 Boah dieser Scheis ich hasse Domo irgendwie ich hasse Domo irgendwie Wenn der jetzt die nächste Schart noch einsammelt denn werde ich aggro Ich werde jetzt so gerne demoen und würde dann sowas von dazu ballern mit meinen Granaten, aber schade leider nicht Nix, okay, wenn du weinst, wenn nicht, dann werde ich dich töten, Spaß I'm recording XD Trolololololol, jetzt wollen wir die Schad bekommen Wir wollen diese Schad bekommen wollen Okay, ähm, wir stehen jetzt genau hier hin Wir stehen jetzt genau hier hin Komm, komm Komm, dann bekommt ihr nächste Schad, dann will ich nicht wieder aufgehoben werden und so Hallo Schad ist Ah Meine Ha, ich habe meine bekommen, oh my god Okay, ähm Los, los, rennen Wenn ich jetzt nicht schaue da hinzubringen Das wäre Fail Okay Oh, ich wurde gelobt, ich bin cool Dann Da, rein da Und Everyone is now human Ich will Mann Okay, ähm Ja, äh, bis nach dem Cut Und Ciao Lol So, da sind wir nach dem Cut Und ich bin Nicht hierblein Ich wollte schon sagen, ich bin nicht hierblein Weil ich es halt wusste Gott, ähm Yeah Gehen wir erstmal hier runter Meine Nase Ist grad Am schniefen Dingsen Und ich kann sich nicht hochziehen, sonst gibt es ein ekelhaftiges Geräusch, das ihr alle nicht haben wollt Deswegen muss ich jetzt wohl oder übel mit vollgesabbertem Mund Nein, Spaß Ähm Gehen wir erstmal Dieser Typ da, der uns die ganzen Scherz weggeschnappt hat, ist diesmal nicht dabei Ähm Ja, das heißt, wir haben vielleicht eine Chance Wow Alter Was war das für ein scheiß Leck Da Das ist unsere Oh, ist doch nicht unsere Das ist aber grad ein fetter Leck Ich fließe zurück, jetzt jetzt wohl Okay Job Wow Das war knapp Fuck 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 Äh Ohne diesen Leck hätte ich es garantiert geschafft Garantiert Okay Wir wollen hier nicht einen Part der Aufregung nennen Wir sollen diesen Part, äh Part der Wunderbaren, tollen Gefühle Die überhaupt nicht alle Gruppen machen Also Wollen wir vielleicht irgendwie versuchen Mit tollem Ohne irgendwie besonders ausdrucksstark etwas zu sagen Wollen wir hier Oh, da ist schon einer tot Dann sollten wir retten Ohja, der ist eh schon tot Aber egal Renn weg Ah Schmeißt du mich mit Bomben zu? Okay Nehmen wir mal unseren Bogen Getroffen Geil Wir wollen den Bogen treffen Okay, wir gehen erstmal zurück Wir müssen Pfeile sparen Wir dürfen nicht Komm Wo bist du? Komm Ich will dich nur abschießen Okay, gehe ich mal direkt und sammle meine Pfeile ein Oh, geht nicht Scheiße Der hat eine Blendengranate geworfen Ist also da Gesehen von wo der kam Oh Getroffen Weg 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 Ich habe nur noch einen Pfeilen Den sollte ich mir aufsparen Ähm Oh, da, da, da Ich sehe den Qualm Hallo Oh, das laggt wieder Server lag glaube ich wieder Ich habe das eindeutig gesehen Hallo Komm Ich weiß, dass du hier irgendwo bist So, eine Zeit von drei Das ist ganz gut Jetzt müssen wir nur noch die dritte Irgendwie So einen Tisch bringen Zum Table Ich sage immer Table irgendwie So, ich bleibe jetzt aber hier oben Dann weiß ich nämlich immer, wo ich runter Wow Okay Äh, das war jetzt knapp So, gehen wir einfach mal da hin Hoffen auf Ruth Glimm, dass sie hier hin spawnt Zack Hallo Komm nicht in meine Nähe oder du wirst sterben Dahin Dahin In die Hülle rein Meine Hülle Äh, meine Schad meine ich Haha, meine Hihihi, ich bin cool Hihihi Ich cool Los 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 Ah, jetzt haben sie auch den Text geändert Take it to the altar Äh, in Klammern Enchantment Table Weil viele das nicht wussten am Anfang Oh, hier rein 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 Man, ihr seid mir zufrieden, gering Ahhhh Rude Okay, ähm Cut So, das sind wir nach dem Cut Und wir wollen euch nicht mal aufregen oder so Weil ich jetzt Hartz 4 bekomme Nein, das ging natürlich Hartz 4 bekommen Das ist cool Aber, ähm Ja Ich wollte nur sagen Dass ich jetzt eigentlich so rede In meinem echten Leben Hab meine Stimme immer nur mit, ähm Ja Outer City bearbeitet Damit ihr nicht wisst, was ich für eine behinderte Stimme habe Aber, okay Okay, ähm Ich würde jetzt sagen Wir sammeln erstmal die Scharte ein Das kommt ja mal woanders gut Okay Wir sollen ja nicht so rumschreien oder so Sonst ist dann nachher noch Ja Kommt ja nachher noch irgendeiner Zu mir Ins Haus rein Und will mich vergewaltigen Oder so Keine Ahnung Auf jeden Fall Wollen wir jetzt erstmal hier Offen mich zur Stimme Und Erstmal den da drüben nicht helfen Weil ich hier eine Scharte haben will Höhöhöhö Okay, dahin Da die eh schon Egal, trotzdem gehen wir dahin Um den Typen zu beschützen Und Los Komm Komm Hans Butter Du wirst es schaffen Für die Butter Für die Butter Oder wirst du uns retten Run Hans Butter Run Okay Hallo Jo Okay Ähm Oh Oh, er ist tot Ich würd sagen Wir gehen dahin Weil Da grad die Scharte war Sonst gehen wir dahin Bam So Camperstellung Hier sind die Camper Camper Sind Zurück Call of Duty Camp Ops 2 Kommt raus Und das Schon morgen Oh, da ist die Scharte Okay Müsste ich mal hier Ein bisschen Gas geben Hier Schon wieder keine bekommen So traurig Hier erstmal Irgendwo mit dem Bogen hinschießen Weil es Spaß macht Vielleicht hab ich Fearbran jetzt runtergeschossen Wer weiß Okay Checker hatte ich hart Ey, den kenn ich doch irgendwer Kam da nicht schon mal in meinen Videos vor XX Checker Yo Checker Hans Butter Hier erstmal Irgendwo hinschlagen Ist gut und so Wow LOL 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 Oh, ich hab Caps an Okay 3, 2, 1 Cut So, da sind wir nach dem Cut Ich bin zwischendurch einfach aufs Essen gegangen Es gab lecker Tortellini mit Zahnesoße Und ja Äh, ich würde sagen Es startet auch schon Ich sag irgendwie jedes Mal wenn ich in der Lobby bin Dann sag ich Ich würde es mal sagen Oder so, keine Ahnung Auf jeden Fall Würde ich mal sagen Wir gehen jetzt erstmal weg hier Genau dahin Okay Ich bin ein Wizard Mal wieder Ich will auch noch ein bisschen Abwechslung für euch reinbringen So, nehmen wir erstmal die Speed Trink runterrennen hier Und wohin? Oh, der hat mir Stärke gegeben Der hat er nicht Voll ist juuut Ne, Spaß Wenn du das hier siehst, lieber Ähm, Typen, keine Ahnung wer du bist Nein, du bist böse Alter Ich muss mich jetzt schon heilen, das ist krank Hallo, beschütze mich doch beschütze mich doch Alter Nein Lass mich Alter bitte nicht ich jetzt schon ich hab dem jetzt nicht Stärke gegeben das wär jetzt fell gewesen renn 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 verdammt jetzt mal fast faster und faster faster denn du fastest so ähm wenig 1,2,3 captured sagen ganz langsam können wir auch mal aufhören wegzurennen das ist nur bei den anderen halten jetzt erstmal noch ne Runde laufen hier und dann bei denen halten ok oh da war das knapp ey oh da hinten wird gekämpft da ist gar nicht mehr hinter mir her ich hab Stärke noch für 1,30 das sollte ich ausnutzen sollte ich ausnutzen und da erstmal hingehen oh da oben ich seh ihn ich seh ihn aber da geh ich jetzt nicht hin weil der alleine ist wenn ich da hingehe ist der Alex tot oh jetzt erstmal hier rein da ist die eh nicht wusste ich's doch wir müssen nämlich erstmal da rum weil die Schad da ist so ach verdammt oh scheiße ist die da nicht oder wieso geht er weg wir wollen hier nur die Schad bekommen das ist die ganze Zeit nur hinter mir her das ist so oh wow Nein 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 wenn du hast mir zu viel Power noch okay bleib hier komm rette mich doch einer rette mich doch einer man scheiße okay cut so sind wir nach dem cut mit behindernstimmig okay ja ich werde jetzt nicht sagen ich würde sagen nein um wir haben noch 10 Sekunden übrig es gibt keine Herobrine Pässe doch gibt es es gibt The Hive Pässe die The Hive Pässe sind dann mehrfach spendbar für Double Mineville und Herobrine und ich weiß nicht ob es bei Survivor Games auch so was gibt die Spielsurvival Games nicht auf The Hive vielleicht gibt es irgendwie so ein Premium Kit wo man Dia Schwert am Anfang hat ein kompletter Dioristum kann ja sein wer weiß ähm ja was noch ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen ähm ich würde sagen dass ihr wieder ich würde sagen gesagt habe und mich das ziemlich aufregt ich weiß nicht wieso okay da hat die Schade komm lol okay ich dachte das ist nicht ähm ja ich renne jetzt erstmal durch hier renne durch 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 und ähm Wockelhemd und ähm oh hi ich mag dich auch lecker Schade eins von drei Captions Schade one of three Captions Collect the same Shards to get stronger äh äh welcher Position bist du jetzt was das macht keinen Sinn du nimmst einen langen Rennteil und äh kein Sinn okay äh ja Schade has spawned und äh ist okay ja ich würde sagen das äh das war's noch von diesem lol do I load view okay ähm ähm ich hoffe es hat euch gefallen das war's jetzt ich hab glaub ich schon wieder über 15 Minuten aufgenommen das mach ich irgendwie immer obwohl ich mit vorne nehmen immer noch 15 Minuten aufzunehmen aber es klappt nie und ähm ja ich schätze mal mit längeren Folgen schaden euch auch nicht unbedingt höchstens mir vielleicht wegen dem tollen Upload und so aber vielleicht ist es auch gar nicht länger ich weiß nicht ich mag diese coolen Springsachen hier also ich hoffe es hat euch gefallen ich guck nochmal bei der Arcadia vorbei hui oh ich guck nochmal bei der Arcadia vorbei ok Akkad wird auch bald folgen der Akkad ist opening very soon very very soon tweet bla 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 to find more bla 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 and tell him how you love him äh that you love him ok wenn wir das abbauen ist cool ok dann sind die tot cool wir mögen tote Menschen ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal und ciao Leute bis zum nächsten Mal